Ihr habt dort sitzen und versucht nicht ins Kampfgeschehen einzugreifen. Werft nicht mit Flaschen, versucht nicht mit euren Schirmen zu kämpfen. Ich garantiere euch, die halten nicht an, nähern so viel aus wie diese netten Klingen, die wir hier haben. Unsere Kinder, und die brauchen euch keine Sorgen zu machen, wäre ich ein böser Mensch, würde ich sagen, es sind nachwachsende Rohstoffe. Aber es sind ja unsere Kinder, die sind auf unserem Kampfstil gewöhnt, die wissen, dass wir nicht dazwischen durchrennen. Nun, bevor ich euch mit meinem Gelabere langweile, wollen wir ein wenig anfangen. Wollt ihr zwei beginnen? Null wohl. Ihr seht, der vom Hühnerfeld hat heute gute Frühstück. Ihr seht eure Schimpfungen so leise, dass Folgen an der Städten versteht euch nicht. Wir sind doch am Übern! Na gut, machen wir es deutlich, ihr seid einfach fast! Na gut, machen wir es nicht. Na gut, machen wir es nicht. Na gut, machen wir es nicht.